hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde minecraft pvp diesmal spielen wir immer wieder ein paar ründchen quicksg mal gucken wie es so läuft der server ist voll sehr schön 10 sekunden 10 10 10 jetzt 10 gut ja wie gesagt ich habe glaube ich schon so ein paar pünktchen hier gesammelt 3352 ja ich habe es jetzt schon wirklich ein paar mal gespielt also wirklich auf raid heißt die map hier und ja mir macht echt spaß muss ich sagen ich hätte auch schon mal eine folge crap dann sind schon ganz schön viele spät im brustpanzer was essen dann gucken ob ich irgendwo drauf gehen kann den zum beispiel oder den er könne knapp werden ich bekomme ihn aber zack zack mehr zu essen haben wir auch gut er hat ein schwert holz schwert hält ein wenig länger eine ratte das ging schnell auch hinweg und schuhe nein will ich haben hat du so der kann auch erhalten dafür so jetzt habe ich noch mehr rüstung vorhanden sehr schön die dritte 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 und das ging muss auch mal dahin so ich sollte steck essen also essen kann ich tödlich sein wo man weil man damit echt viel zeit verspendet vor allem weil es hier um quicksg ist sollte man nicht so böse in die falle tappen abgestoppt war jetzt nicht das große keine zeit zum inventar aussitieren denn eisenhose die ich gerne haben möchte er trifft mich aber sehr gut knapp so jetzt mal erst mal abstand gewinnen bis ich wieder direkt bin denn ins exzente explodiert irgendwo denn ist jemand denn denn ist jemand der sneaks ich sneaks aber ebenfalls ja wirklich ich versuche jetzt zu ringen deswegen noch vier leute es lohnt sich jetzt nicht einfach in den kampf zu schützen 8 herzen sieht schon wieder ganz gut aus bei 9 renne ich los so auf geht's wir sind wirklich sehr gut ausgerüstet und dann ist der nächste gestorben die haben gerade gekämpft heißt ich könnte abstauben aber rennt weg als ob es packt nein 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 er braucht das packt hier allgemein oder kann sein ja dankeschön brauche ich nicht er will kämpfen ohr es packt aber auch wie sauer unglaublich da kommt der nächste sagt mir nicht dass ein team ist kämpfen ich glaube sie kämpfen da könnte ich gegebenenfalls abstauben ohr es ist doch unglaublich wie sehr das hier einfach mal rum packt es ist einfach lächerlich immer trotzdem eine geile runde aber naja das packt trotzdem extrem rum gut ich würde sagen gucken wir uns das noch an gucken wir uns das noch an die kämpfe nicht mehr ordentlich er gewinnt schade ich schreib noch schnell und da muss ich sagen wir sehen uns gleich wieder in der nächsten runde so und weiter geht's mit der nächsten runde beim confusion meine kiste net 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 schwert schon mal wieso alle wegrennen machen als ob so keine waffe zu haben hätte mich angegriffen pilsuppe nämlich gern hört hier ist viel zu viel los nein warum treffe ich ihn nicht nachkommen holen wir uns die nächsten halt so das essen zack zack kuchen so 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 nächste 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 ah gott sie sagen keine wahrscheinlich hier schon alle da war nur crap drin was hier los ist es unglaublich stehen auch wirklich auf einem haufen als ob als ob der ein eisenschwert hat ganz ehrlich so der ist tot ich will aber nicht stehen bleiben waaah eisenschwert brustpanzer bitte da eisenschuhe ich habe sogar noch ein eisenschwert futterp ist tot gut da hinten sind ein paar leute der da hier sieht man richtig dass wirklich alle rum baggen so ein bisschen demnach dürfte das hoffentlich ja alles ausgeglichen sein mit dem rumgebagge jemand hat mein stuff hier eingesammelt finde ich aber gar nicht nett ne ne oah ey ach gott lass dich halt in ruhe da sind ein paar mehr leute die rennen alle weg voreinander hm gute rüstung haben die aber auch nicht ne ich hab kein feinbogen ne springes wasser ich hab Angst dass er feinbogen hat na gut egal ne doch nicht der nage als ob der mich versucht jetzt zu killen ey so und er doch feinbogen ich hab's nämlich genau gewusst ey ich kann erstmal ich mach erstmal abgang hier bis ich wieder gereckt habe so der typ ist nicht immer ansatzweise in der näher ich hab aber auch kein besseres zeug da ist einer bogen hab ich nicht zufällig ne ne gut komm sehr schön danke für die mithilfe mein freund als folgt einen weg zu bauen oder was auch der coole idee mit kuchen einfach mal zu bauen dauert immerhin ein bisschen bis man die abgebaut hat kann ein enormer zeitgewinn sein unter umständen das nämlich mal hier rein drei leute noch hinten ich hoffe das ist kein team aber ich hoffe die kämpfen gut dann halt hierbei steht bei mir auch an der wand drinnen warum treffe ich ihn nicht scheiß drauf verpiss ich doch halt ins wasser da liegt es da rum unter anderem eisenbrustpanzer hab ich den aufgesammelt? nö eisenbrustpanzer sehr gut der typ hopp wahrscheinlich immer noch da jetzt hab ich ihn ein bisschen in der kombo jetzt nicht mehr oh jetzt abbauen jetzt muss ich abbauen ich kann nicht drägen doch kann ich noch aber noch ein bisschen schwein verpiss dich ach als ob ich geh mal wieder auf nur sicher wie immer und regge hat schon ein bisschen geleckt oder? Hilfe jetzt guckt er da oben ausm Loch ja ich will jetzt nicht gegen den geschwächt kämpfen wo ist er denn hin? na da hinten kommt er kann ja auch relativ gut wegrennen auf der map demnach hab ich noch zeit und raum wo ist er? 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 und dann kommt er relativ langsam so hey trennt er weg oder was? weil das hat er mich noch nicht gesehen la 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 oh wow das hat er es gemacht gerade wow der geht mir aber ordentlich du wow ein knapp ein hit mehr und er hätte mich gehabt oh ho ho hat er es gemacht mit dem Bogen wie er da gewartet hat sehr gut boah gut dann muss ich mal sagen das war es mit der Runde hier und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten bis gleich so und willkommen zurück zur nächsten Runde hier halala so vielleicht sogar schon die letzte Runde mal gucken wie es läuft je nachdem oh es sind keine Kisten an meiner Startposition so eine scheiße hier halt ein bisschen Crap da ein bisschen Crap da ein bisschen Crap aber das war nicht mal so schlecht die Kiste bisschen Rüstung ein bisschen Panzerung und dann können wir auch schon loslegen so der Schuhe und Kettenhose sehr schön nein renne ich weg nein bleib stehen machen wir mal Fail was er da macht ein bisschen ach als ob ihr Bastarde hat er mich aber gut ausgetrickst beziehungsweise uns gegenseitig ausgespielt vor allem der hat schon ein bisschen Rüstung da hinter mir nö hab ich keinen Bock drauf ganz ehrlich wenn die wirklich von allen Seiten kommen naja sollen sie doch aber ohne mich mhm so einer lebt noch von der ganzen Bande ich hoffe nicht mehr lange er hat halt viel bessere Ausrüstung als ich boah einen Hit hätte gereicht um mich jetzt platt zu machen ich muss irgendwo hin kommen wo ich jetzt ein bisschen rennen kann oh man ey über all den Teams ist es unglaublich lasst mich doch einfach alle in Ruhe oh diese Pinguine vor allem ey boah ey ganz ehrlich ja verfolgt mich doch alle los alle in der boah ey sind die auch jetzt schon wirklich schon zu dritt da hinter mir da hab ich gleich ja zocken die da auch schon zu das ist verboten ne Dreierteam und so ne ich nehme auf ne ah Dreierteam oder ist ein Dreierteam auch egal ja hier sind nur zwei Teams erlaubt hm die Rüstung ist halt relativ bescheiden gucken ob ich die Pinguine irgendwie downkriege oder ob mir da jemand behilflich ist oh jetzt hätte er runter gefallen ach man was haben die alle hier schon voll iron ey ach die Pinguine müssen nochmal sterben hier los lock ihn zu mir lock den Pinguin zu mir stirb Pinguin ah fuck gleich kommt sein Freund bestimmt wieder von der Seite oder irgendein Scheiße das tut sehr schön so ein Pinguin haben wir ausgeschalten haben wir nen Helm haben wir nen Helm da Crab Helm besser als nichts so da ist irgendein anderer es ist der Pinguin ja ach komm dann schnappen wir uns mal versuchen zumindest denn Eisenschwerheit als ob na na um den Baum herum ha 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 schön ausgetrickst ah jetzt packt er natürlich rum hat er Pech gehabt und da habe ich ihn geplattet den Eisenschwert Heini mhm besserer Helm haben wir ja auch nen Bogen essen boah jetzt läuft jetzt läuft es richtig so mehr zu essen Pfeile kommen mal standards mäßig nach da bei mir also ein bisschen Zeug weg kloppen warum habe ich den Hände nicht aufgesetzt den würde ich schon gerne aufsetzen zack zack so jetzt kann weitergehen kann weitergehen jetzt kann es weitergehen so da liegt nichts mehr nützliches vier Leute noch haben wir das Pinguin-Team aber gut ausgeschalten hier und das war ich knorke was hocken die da um eigentlich rum ja ein Pfeil nehmen gönne ich mir mal hier sag mal nicht dass es ein Team ist es ist ein Team es ist ein Full Iron Team das ist doch zum kotzen einfach können die nicht mal einfach ohne Team spiel einfach nur so normal was versuchen die jetzt sind die irgendwie ein bisschen retarded oh jetzt lagts auch noch extrem ich liebe es einfach nur der ist gleich down er ist gleich down nein warum treffe ich ihn nicht nein warum was leckt denn sich denn ein hier zusammen wieder Mann jetzt hänge ich auch noch fest alter das ist doch absoluter Nonsens was ist denn das für eine Scheiße bitte ja Bastard ey das kann doch nicht wahr sein diese ganzen Lags einfach ja als ob ey naja egal das versucht ihr noch hat halt auch keine Chance das ist halt absolute Scheiße mit erstmal zwei Full fast na gut der Typ ist nicht ganz Full Iron das tut ihr auch noch so als ob na gut aber sonst kann ich mich jedes Mal aufregen das war's denn auf jeden Fall hiermit und ich würde mal sagen wenn es euch gefallen hat könnt ihr mal eine Bewertung da lassen und am besten auch noch ein Kommentar würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin und tschüss tschüss